Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Bing Quanta. Ich begrüße euch recht herzlich auf dem Kanal vom Casino Professor. Wir haben einen Bonus-Hunt gemacht und deswegen nehme ich jetzt auf, weil wir werden jetzt alle Freispiele durchspielen. Und die seht ihr auch, dort alle stehen in einer Liste. Mastin Gold auf 1,08 Euro Freispiele, Midas Golden Touch 50 Cent, 10 Freispiele, Jingle Spin auf 1,12 Euro Freispiele. Und da haben wir ja meistens, dass dann immer noch ein paar mehr kommen. Turn Your Fortune auf 20 Cent, 50 Freispiele, das ist vom Bonus. Dann haben wir noch Hong Kong Tower auf 60 Cent, da haben wir Bonusspiele, wie sich das äußert, werden wir dann sehen. Und Book of Dead, meine lieben Freunde, 50 Cent, auch 10 Freispiele und da haben wir den Forscher. Das wird definitiv jetzt spannend und wir fangen von oben an und arbeiten uns durch. Das heißt, fangen wir an mit Mastin Gold. Dann habe ich noch ein paar Gäste hier, das ist der Hamty, der Quyther und der White Assassin. Hallo. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob auch alle Bonusspiele hier noch funktionieren. Wenn ihr coole Bonussachen haben wollt, unten in der Beschreibung findet ihr natürlich den Link zum Casino Professor. Und da findet ihr auch coole Spiele mit saugeilen Angeboten. Bitte nur ab 18 Casino spielen, ihr wisst Bescheid. Und folgt uns mal auf Twitch und hier auf dem YouTube-Kanal. Weil jeden Monat, jeden Montag und jeden Dienstag um 19 Uhr streamen wir nämlich. Und einmal im Monat machen wir so eine High-Dingensbums-Dingsda. Und los geht's. Drückt die Daumen. Acht Freispiele. Jetzt muss es klingeln. Und ich schieße immer hier unten in diese Ecke. Bum. Los geht's. Kollekt, Baby. Gib mir Kohle. Ja, jetzt Geld geben. Gib mir viel Geld. Ganz viel. Hallo. Das Stream hängt minimal nach. Jetzt hab ich auch einen Error. Los jetzt. Gib mir Geld. Oh, einmal 6 Euro. Super. Ich kann's mir nicht angucken. Der Stream ist nicht verflückt. Wie auf YouTube. Ein Freispiel noch übrig. Und jetzt gibt er mir nochmal Collect, wo kein Geld ist. Äh, echt jetzt? 4 Euro? Wo die Freispiele? Echt jetzt? Das sind ja mal Bombenfreispiele. 12,60 Euro haben die Freispiele gebracht. Ja, moin. Auf zum nächsten. Ah, da hab ich's ja. Gut. Dann, äh, der nächste wäre Midas Golden Touch. Midas, Midas, Midas. Zuletzt gespielt. Ich bin gespannt, was das Ding liefert hier. Ja. Okay, meine Spielrunde wird erfolgreich wiederhergestellt. Und 10 Freispiele. Los geht's. Komm, Digga. Äh, das war schon mal ein Satz mit nix. Oh, oh, oh. Äh, oh, oh, oh. Schon fast viel, viel, viel Jot. Komm, nur eins. Yes, Baby. Yes, Baby. Komm, mach Vollbild, Vollbild, Vollbild. Komm, Baby, noch ein Jot. Noch ein Jot. Oh, noch drei Felder, Digga. Jawohl, komm, jetzt. Oh, fast Vollbild, Alter. What the fuck? Ach, ist noch ein Dreh? Boom. Bruder, das klingelt. Wie schön das Stream nach. 24, 26, 27, 28, 54, 56, 57 Euro. Okay, das hat sich gelohnt. Zweite Dreh, 57 Euro, so kann es weitergehen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ach, das war jetzt erst der zweite Dreh. Ja. Von den insgesamt. Du hast es erfasst. 10. Okay. Du siehst es auch direkt über mir. Da stehen jetzt 6 von 10. Komm, Digga. Gib mir doch so ein Törchen. 3 von 10. Kann doch nicht alles gewesen sein. Komm, 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 da muss da was passieren. Aber gut, 57 Euro, wir wollen uns jetzt nicht beschweren. Ist auf 50 Cent jetzt nicht so schlecht. Also ist es 100-fache. Oder ein bisschen mehr als 100-fach. Ordentlich. Was wäre, oder was hätte es sein müssen, damit es gut ist? Ah, 1000-fach geht schon mal klar, also. Gut, nächste wäre dann Jingle Spin. Was machen wir denn da? Jingle Spin und da sind wir, haben wir ja glaube ich 12 oder was waren das, ne? Ja, 12 Freispiele, die sozusagen die kleinen Jungs da oben festhalten und schon runtergeschmissen haben. Spiel wird wieder hergestellt. Sehr schön. Danke. Und ab die Post. Oh, gleich ein 500er. Ihr Moin, guck mal. Hinein, Carlotto. Hoher Gewinn. Herzlichen Dank dafür. Was, 50 Euro, meinst du? Ne, 27,75. Ja, okay, okay. Hopp, hopp, da hat er noch einen Fuffi. Ah, schade, da waren 50 Freispiele. Also jetzt nochmal so Freispiele nach Schubs wäre geil. Ah, ein Hunni. Oh, das hat er freigelassen, der Hund. Aber gut. Gibt es nochmal, jetzt sind wir bei 30 Euro. 47 Euro, so kann es weitergehen. Hopp, 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 hopp. Oh, nicht ein Fuffi. Aber hier den 200er gibt. Jawohl, den 200er hat er jetzt schon mal gegeben und den Fuffi auch noch. Oh, noch ein Fuffi? Ein paar Freispiele wären auch cool. Äh, ja. Sind wir bei 60? Ja, weiter. Ah. Ah. Ja, ein paar Freispiele brauchen wir noch. Fünf Spins noch. Das heißt, er müsste jetzt Freispiele geben, damit die überhaupt irgendwie... Die müssen ja da noch irgendwie in die Tüte rein, ne? Aber noch ein 200er, wenn er den gibt, dann wäre er schon mal glücklich. Noch ein 200er, jawohl. Komm, zwei Spins, da müssen sie jetzt irgendwo rein. Jawohl, da passt er. Sehr schön. 250. Das klingelt. 75 Euro. Ein Spin noch. Komm, die 200er machst du auch noch. Komm, Baby. Ah, schade. Ah, schade. Aber gut, 75,50 Euro. Kann man nicht meckern. So, dann gehen wir zum nächsten. Und das wäre dann... Turn your fortune auf 20 Cent. Aber 50 Freispiele. Turn of fortune. Ich bin mal gespannt, was das bringt. 50 Freirunden, weiter. Äh, warum habe ich denn jetzt keinen Ton? Weil es leise gestellt ist. Warum das? Ich habe immer noch keinen Ton. Doch, jetzt höre ich ein bisschen was. Aber ganz wenig. Oh, gut, geht klar. Oh, Scatter? Ne. Schade, ich dachte... Scatter-Erweiterung wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Ich muss ehrlich sagen, jetzt spiele ich das erste Mal das Game jetzt hier. Immerhin, wir haben schon mal 20 Cent gewonnen. 47 Cent? Oh, 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 oh. Das sieht schon besser aus. Hoher Gewinn. Schmecki. 600 Points sind sechs, gute, sechs Euro. Ja, so kann es weitergehen. So darf es gerne weiterlaufen. Ja, jetzt nicht hängen lassen hier, ne? Also... Sieben Euro haben wir ja schon zusammen. Scatter? Scatter? Ah, schade. Er ist durchgeflutscht. Nochmal Scatter? Nein, ist er wieder durch. Mal so eine Vollbreite von diesen Eulen oder Schildkröten oder Löwe wäre schon mal eine Hausnummer. 27 Stück haben wir noch? Aha. Jetzt haben wir die Hälfte durch. Also wenn er nochmal 8 Euro bringt auf 20 Cent ist schon... Für Lau ist das schon in Ordnung. Das sind sozusagen die Bonus-Freispiele, die ich fürs Einzahlen bekommen habe. Wenn ihr euch sowas angucken wollt, wie gesagt, einfach unten den Link nutzen und dann auf der Seite vom Casino-Professor gucken. Da seht ihr, was es da immer für Freispiele gibt, wenn man da was aussucht. Also, alle Informationen immer alles auf einen Blick. Scatter? Nein. 8,34 Euro. Nochmal Scatter? Schade. Nochmal so ein Ding wie eben. Könnt ihr ruhig rausprügeln hier. Komm, Baby. Lass uns nicht so hängen. Wir werden nachher mal auswerten, was bis jetzt am besten war. Bis jetzt Jingle, ne? Ja. Jingle hat bis jetzt am besten geworfen. Midas hatten wir auf 50 Cent, ja. Ja gut, Midas war aber auch nur 50 Cent, ne? Da müsste man jetzt eher den Faktor nochmal anschauen. Also, ähm, bei Midas waren das ja wie viel? Das 100-fache? Okay, Freirunden sind beendet. Ähm, das nächste wäre dann Hongkong Tower, meine Damen und Herren. Da bin ich ja jetzt auch mal gespannt. Da gibt's ordentlich. Leider nur auf 60 Cent, aber... Geht schon klar. Sehen wir uns die Wiederholung an, meine Damen und Herren. Oh, es wird sogar nochmal wiederholt. Herzlichen Dank dafür. Da ist die Bonusrunde. Lecker Schmecker. Wir haben leider kein Extra-Leben. Aber gut, daran soll's nicht hapern. Ah, so, dann schauen wir mal, dass wir schön gleich in die nächste Stufe kommen. Das wäre natürlich super lecker. Gut, komm, Baby. Lass knacken. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal durch. Oh, das könnte 1.500er werden. Jawoll. Big Win. Gönnung. Neun Euro schon mal. Oh, komm, die nächste Stufe wäre echt genial. Genial. Ne, er geht drüber. Aber er geht zumindestens... Er geht auf die 1.000. Schön. Schön, 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 schön. 15 Euro. Ah, da muss noch was gehen. Da muss noch was gehen, Baby, komm. Wenn er wirklich auf die nächste Stufe... Oh, das sieht gut aus. 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 Yes. Nächste Stufe ist angesagt. Sehr geil. Level up, Baby. Jetzt auf die 10.000, Junge. Knallrisch drin. Genial. 10.000 wäre 69 auch, ne? Ja. Ne, es wird anscheinend die 5.000. Das ist auch schon mal ordentlich. 30 Euro nochmal rum drauf. Big Win. Sehr geil. Zack. Super. 45 Euro sind wir jetzt. Boah. Boah. Boah, jetzt noch die nächste Stufe, Junge. Das wäre so heftig. Ne, er geht drüber. Aber er geht auf die 1.500. Bitte, 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 bitte. Ja. Sehr schön. Also noch ein Big Win. 54 Euro sind wir jetzt. Mit 60 Cent Einsatz. Das ist schon nicht schlecht. Komm. Jingle Spin wirst du wohl knacken. Next Stufe. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui nochmal big win sehr genial und damit ist er schon das beste spielen bis jetzt wir haben ja noch book of dead mit den forschern also streng dich an hongkong tower jetzt die nächste stufe und ich bin glücklich ohne er geht rüber er geht rüber oder er geht zum glück nur auf die 500 das heißt wir haben noch mal nun mal glück gehabt also entweder jetzt die 10.000 oder die nächste stufe dann sind wir im geschäft baby mehr geht rüber er geht rüber er geht rüber geht noch auf die 500 nein schade 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 aber 78 euro sehr gut 78 euro dann kommen wir jetzt zu unserem letzten also ihr seht das hotline hat man auch versucht book of dead mit 50 cent zehn freispiele forscher da geht es auch schon direkt los der kann echt gut gehen jetzt kann er ja und da haben wir schon drei stück sehr geil aber schon 535 münzen komm baby gibt noch mal eine verlängerung verlängerung ich wollte es gerade sagen da ist sie da ist die verlängerung freunde was geht sehr geil ich habe das licht gleich lampen leuchten lassen hier was los sehr genial das mit forschern bruder jetzt vollbild komm lass knacken wieder drei stück wieder drei stück das heißt wir müssen knapp eine tausend über tausend schon über tausend münzen sehr gut komm 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 klein noch mal so richtig ein raus so richtig ich weiß nicht ob ich selber ich werde es gleich einmal stoppen selber okay komprinzip letzte runde und ne gibt nichts mehr aber gut 1115 münzen freunde also wollen uns mal nicht beschweren das sind nämlich 111 euro und 50 cent damit ist book of the tatsächlich top game dieses highlight videos können wir uns nicht beschweren so meine lieben freunde ich hoffe es hat euch gefallen wenn wir sowas öfters machen sollen so ein bonus hand dann schreibt gerne unten in die kommentare und ihr wisst ein däumchen wäre ein träumchen und vom grundsatz her nicht vergessen 19 uhr montag dienstag auf youtube und auf twitch und wenn uns da folgen würde das wäre mega geil von naja vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao